Breaking News! Du musst dir nur noch ein einziges Passwort merken, um deine persönlichen Daten zu schützen. Ja, denn ein Passwortmanager wird den Rest der Arbeit für dich erledigen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welcher ist der beste Passwortmanager 2023? Heute werde ich die am häufigsten empfohlenen Passwortmanager überprüfen und die folgende Frage beantworten. Sind Passwortmanager sicher und zuverlässig für deinen täglichen Gebrauch? Beginnen wir also mit einer recht bekannten und beliebten Option namens NordPass. Zuallererst, ist NordPass sicher? Ja. Es arbeitet mit einer Zero-Knowledge-Architektur und verwendet eine moderne Verschlüsselung. All das bedeutet, dass nur eine Person, nämlich du selbst, auf deine Daten zugreifen kann. Die ultimative Verteidigung liefert dabei das Master-Passwort. Also stelle unbedingt sicher, dass du ein ordentliches Passwort erstellst und es sicher aufbewahrst. Ich empfehle außerdem die Einrichtung einer Multifaktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit, auch wenn ich persönlich gerne biometrische Daten verwende, damit ich im Handumdrehen auf die App zugreifen kann. Und apropos App. Sie ist wirklich sehr benutzerfreundlich, ganz egal auf welchem Gerät. Sie ist übersichtlich und intuitiv gestaltet. Ich kann zum Beispiel auch Ordner erstellen, um meine Daten zu organisieren. Ich hätte nur gerne zusätzlich noch die Möglichkeit, einen Ordner als Ganzes freizugeben, denn aktuell muss ich dafür noch jedes Element einzeln markieren. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist, dass ich hier keine Dateien speichern kann, was bei OnePassword zum Beispiel geht. Da hätte ich hier also gerne etwas Ähnliches am Start. Was die Tools angeht, es gibt einen echten Passwort-Generator. Ich verwende meistens den Typ Wörter, der mir viel Zeit und Geduld spart, weil ich nicht immer und immer wieder alles per Hand eingeben muss. Außerdem gibt es einen Password-Health-Checker, der veraltete und zu schwache Passwörter aufspürt und einen Data-Breach-Monitor, der dich über alle Verletzungen im Zusammenhang mit einem E-Mail-Konto benachrichtigt. Quasi ein weiterer netter Sicherheitsgürtel. Insgesamt ist diese App auf jeden Fall ein super Startpaket, aber auch fortgeschrittene Passwort-Manager-Nutzer werden nicht enttäuscht sein. Alles ist auf den Punkt gebracht, auch wenn es keine auffälligen Zusatzfunktionen gibt. Was es hingegen gibt, ist eine ziemlich gute kostenlose Version, die allerdings wiederum begrenzt ist, sodass ich sie eher nur zum Testen empfehlen würde. Außerdem ist die Premium-Version wirklich preiswert, vor allem bei langfristigen Abos. Wenn du aber vielleicht sogar jemanden hast, mit dem du die App teilen würdest, bietet NordPass eine der besten Passwort-Manager-Optionen für Familien, da du hierbei gleich sechs Premium-Accounts erhältst. Übrigens, für welchen besten Passwort-Manager du dich auch immer entscheidest, in der Videobeschreibung unten findest du exklusive Rabatte für jeden Einzelnen, wann immer du sie brauchst. Okay, lasst uns jetzt über einen anderen guten Passwort-Manager 2023 sprechen, Keeper. Im Punkto Sicherheit teilt er viele der Eigenschaften mit NordPass. Der einzige elementare Unterschied ist, dass Keeper die AES 256-Bit-Verschlüsselung verwendet, die zwar etwas älter ist, aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt weniger sicher. Und auch wenn Keeper nicht die neueste Verschlüsselung hat, bietet es doch einige leistungsstarke Funktionen. Ich empfehle diese Anwendung allen, die sich etwas mehr Salz in ihrer Passwort-Manager-Suppe wünschen. Hab ich gerade Suppe gesagt? Sorry. Und mir persönlich gefällt zum Beispiel die exklusive App für sichere Nachrichten namens Keeper Chat sehr gut. Sie verschlüsselt nicht nur die Nachrichten und ermöglicht eine sichere Kommunikation, sondern sorgt auch für Selbstzerstörung. Und Selbstzerstörung scheint bei Keeper ein durchaus beliebtes Thema zu sein, denn wenn du dein Gerät verlierst oder es gestohlen wird, sind nach ein paar erfolglosen Anmeldversuchen all deine Daten futsch. Stelle also unbedingt sicher, dass du eine Sicherungskopie in deinem Cloud-Security-Tresor anlegst, damit du sie im Fall des Falles nicht komplett verlierst. Das Aussehen der App gefällt mir gut und ich würde sogar behaupten, dass Keeper einer der besten Passwort-Manager für iPhone und iPad ist, denn auch diese Versionen sind sehr umfangreich. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Importieren bzw. Exportieren von Passwörtern. Ansonsten ist die App wirklich voll ausgestattet. Ich konnte sogar Watch-Favoriten hinzufügen, um auf bestimmte Logins direkt von meiner Apple Watch aus zuzugreifen. Smart. Aber es gibt auch eine Sache, von der ich überhaupt nicht begeistert bin. Viele Funktionen kosten extra. Die sichere Dateispeicherung ist zum Beispiel nicht kostenlos verfügbar und selbst der Data Breach Monitor, der bei den meisten Passwortmanagern zum Standard gehört, kostet extra. Außerdem gibt es keine kostenlose Version, sondern nur eine 30-tägige kostenlose Testversion und da ich weiß, dass es nicht der billigste Passwortmanager ist, würde ich ihn nur denjenigen empfehlen, die tatsächlich auch alle Funktionen nutzen wollen und denen es nichts ausmacht, dafür etwas zu bezahlen. Alright, als nächstes RoboForm. Diesen Kandidaten für den besten Passwortmanager 2023 gibt es schon seit Ewigkeiten, eigentlich sogar schon bevor Passwortmanager überhaupt notwendig waren. Aber, naja, trotz der langen Existenz hat RoboForm nicht viele ausgefallene Funktionen, aber in meinen Augen glänzt es in Sachen Komfort. Die Anwendungen haben einen leichten 2000er-Jahre-Look. Manche mögen das veraltet finden, aber ich finde es sogar irgendwie eher charmant und außerdem sehen die mobilen Versionen moderner aus, sodass sie sich nicht wirklich vom Großteil meiner anderen Apps unterscheiden. Das Speichern von Passwörtern ist hier super einfach und die Autofill-Funktion ist eine meiner Favoriten, da sie auch verschiedene Formulare ausfüllen kann. Der Rest ist ziemlich Standard. Es gibt ein Sicherheitscenter, um nach kompromittierten Passwörtern zu suchen und einen Passwortgenerator. Ich würde mir nur wünschen, dass sie die Option zum Generieren von Phrasenpasswörtern hinzufügen würden und nicht nur Symbol-Meshups. Es gibt zwar eine kostenlose Version, aber aufgrund der Einschränkungen empfehle ich sie ehrlich gesagt nur ungern. Mein größtes Problem dabei ist, dass die kostenlose Version nicht über 2FA, also Zwei-Faktor-Authentifizierung verfügt, also nicht annähernd so sicher ist. Außerdem gibt es keinen Live-Kundensupport für kostenlose Nutzer. Ich würde demnach dringend empfehlen, sich stattdessen die Premium-Version anzulachen, da sie eine der günstigsten Optionen auf dem Markt ist, vor allem wenn man einen Rabatt erhält. Und weiter geht's mit dem nächsten beliebten Passwortmanager, OnePassword. Ist er sicher? Ja. OnePassword fasst alle deine Passwörter in einem verschlüsselten Tresor zusammen, auf den du mit, du hast es erraten, einem Master-Password zugreifen kannst. Was die Sicherheit angeht, zeichnet sich OnePassword durch das Notfall-Kit aus, mit dem du das Konto ganz einfach wiederherstellen kannst, falls du aus irgendwelchen Gründen den Zugriff darauf verloren hast. Ein weiterer cooler Vorteil dieses Top-Password-Managers ist etwas, das ich schon häufiger erwähnt habe. Ein Gigabyte verschlüsselter Dateispeicher. Außerdem gefällt mir noch das Tresor-System sehr gut. Es ähnelt der Ordnerstruktur, die auch einige andere Password-Manager verwenden, aber ich kann auch einfach den gesamten Tresor freigeben, sofort, was super praktisch ist. Ich habe allerdings von einigen Bedenken gehört, dass es am Anfang ziemlich schwierig zu bedienen sein kann. Das ist verständlich, da es eine Fülle von verschiedenen Optionen und Kategorien gibt, aber meiner Erfahrung nach ist es eigentlich recht einfach, sich daran zu gewöhnen, da die App durchaus modern und auch super intuitiv ist. Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich persönlich die Browser-Erweiterung super oft verwende, da sie genauso leistungsstark ist wie die Haupt-App. Sie vereinfacht das automatische Ausfüllen, erkennt Adress- und Kreditkartenfelder und ich kann Dinge speichern, ohne die App öffnen zu müssen. Und das finde ich wirklich absolut hilfreich, da praktisch. Und dann will ich noch kurz über die Reisemodus-Funktion sprechen. Sie schützt nicht reisefreundliche Daten, indem sie Tresore entfernt, sobald man Landesgrenzen überschreitet. Und trotz all dieser tollen Dinge ist mir ein ziemlich großes Problem aufgefallen. Es gibt keinen Telefon- oder Chat-Support für normale User, was meiner Meinung nach heutzutage Standard sein sollte. Alles in allem ist OnePassword aber eine zuverlässige Option für Privatanwender und es ist auch recht erschwinglich. Mir gefällt außerdem noch der Familientarif sehr gut. Ich habe ihn schon oft getestet und er eignet sich hervorragend zum Speichern und Teilen von Passwörtern. Falls du mehr über das heutige Thema erfahren möchtest, habe ich auf unserem Kanal schon eine ganze Reihe von Passwortmanager-Bewertungen und Anleitungen hochgeladen. Also check's aus, like und abonniere unseren Kanal. Wir schielen übrigens aktuell auf die 5000 Abonnenten. Also danke für die Unterstützung. Aber gut, wie auch immer, ich habe noch eine weitere Option für dich und definitiv keine uninteressante. Dashlane. Die Sicherheitsmaßnahmen von Dashlane sind eher Standard mit ordnungsgemäßer Verschlüsselung und 2FA. Es ist damit ein ausreichend zuverlässiger Passwortmanager, der es wert ist, unter den Antworten auf die Frage, welcher ist der beste Passwortmanager zu sein. Ich will gleich vorwegnehmen, dass Dashlane für mich zu den besten Passwortmanagern für Android und iPhone gehört. Die mobilen Apps sind intuitiv und stylisch und sie haben außerdem einen sehr großen Funktionsumfang. Vielleicht hast du ja schon gehört, dass Dashlane seine Desktop-Apps komplett entfernt hat und zu einem webbasierten Produkt übergegangen ist. Ehrlich gesagt finde ich die Web-App ziemlich praktisch, also gibt es hier keine größeren Beschwerden. Nur eine Kleinigkeit. Wenn ich die App auf meinem Desktop verwende, kann ich nicht offline auf meine Daten zugreifen. Aber naja, immerhin kann ich das mit den mobilen Apps machen. Insgesamt ist die Web-App einfach einzurichten und leicht zu bedienen. Ich kann meine Passwörter, Zahlungskarten, Notizen und all das Zeug speichern. Ich kann sogar hunderte Passwörter auf einmal aktualisieren, ohne mich manuell in jedes Konto nervig einloggen zu müssen. Außerdem gibt es die Funktion zur Überwachung des Dark Web und sogar ein anständiges VPN. Da Dashlane sehr umfangreich ist, ist es nicht verwunderlich, dass das Komplettpaket nicht gerade das allergünstigste ist. Das VPN ist Teil des teuersten Abos. Hier solltest du also genau hinschauen und für dich entscheiden, was du willst bzw. brauchst. Es gibt außerdem eine kostenlose App, die du ausprobieren kannst, aber auch sie bietet keine zusätzlichen Funktionen und ist leider auf ein einziges Gerät beschränkt. Alright, fassen wir kurz zusammen. Wenn du einen vielseitigen, aber auf den Punkt gebrachten Passwortmanager brauchst, ist NordPass eine gute Wahl. Für diejenigen, die sich mehr Funktionen wünschen und eine Vorliebe für die Selbstzerstörung haben, empfehle ich Keeper. Roboform eignet sich für alle, die ein bisschen 2000er Jahre Nostalgie in sich tragen und OnePassword kann ich vor allem wegen seines großartigen Familienplans empfehlen. Dashlane schließlich ist eine elegante und funktionsreiche Option. Lasst mich gerne in den Kommentaren unten wissen, für welche Option ihr euch entschieden habt und ich hoffe sehr, dieses Video war hilfreich. Vergiss nicht, unseren Sonderrabatt zu nutzen, um ein paar Euro zu sparen, egal für welchen Passwortmanager du dich letztendlich entscheidest. Das war's für heute von meiner Seite und wir sehen uns gerne im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020